In diesem Video geht es um Gypsy Jazz. Ich erkläre dir die Entstehung und Besonderheiten des Musikstils. Außerdem bekommst du wichtige Informationen über berühmte Musiker und die Bedeutung für die Musik. Gypsy Jazz ist eine besondere Art von Jazzmusik, die in den 1930er Jahren entstand. Er wurde von einem Musiker namens Django Reinhardt in Frankreich entwickelt. Django hatte einen einzigartigen Spielstil, da er aufgrund einer Verletzung nur zwei Finger seiner linken Hand vollständig benutzen konnte. Trotz dieser Einschränkung konnte er unglaublich schnelle und komplexe Melodien spielen, was seinen Stil einzigartig und sofort erkennbar machte. In der Gypsy Jazzmusik gibt es einige typische Instrumente. Die Gitarre ist das wichtigste Instrument und wird oft für Melodien und Solos verwendet. Es gibt auch oft eine Rhythmusgitarre, die hilft, den Beat aufrecht zu erhalten. Andere Instrumente, die du in Gypsy Jazzmusik hören könntest, sind die Geige, das Akkordeon und der Kontrabass. Manchmal werden auch Klarinetten und Saxophone verwendet. Gypsy Jazz hat einen sehr lebhaften und energiegeladenen Klang. Die Melodien sind oft sehr schnell und komplex und es gibt viel Raum für Improvisation, was bedeutet, dass die Musiker oft im Moment etwas Neues und Spannendes erfinden. Gypsy Jazz wird oft in kleineren Gruppen gespielt, wie zum Beispiel in einem Trio oder Quartett und nicht in großen Bands wie in anderen Arten von Jazz. Django Reinhardt ist natürlich der bekannteste Gypsy Jazzmusiker, aber es gibt viele andere, die auch sehr talentiert sind. Stéphane Grappelli war ein berühmter Geiger, der oft mit Django spielte. Auch heute gibt es viele moderne Gypsy Jazzmusiker, wie zum Beispiel das Rosenberg-Trio und Birelli-Lagren. Gypsy Jazz ist wichtig, weil er eine einzigartige Art von Jazz darstellt, die die traditionelle amerikanische Jazzmusik mit europäischen Einflüssen verbindet. Er zeigt, wie Musik von Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen beeinflusst werden kann. Gypsy Jazz ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie Musiker ihre persönlichen Herausforderungen in kreative Möglichkeiten verwandeln können, wie Django Reinhardt es getan hat.